Unser Auto steht nach da hinten. Da, nein, die sind gerade im Dingens hier vor. Ja, wo? Äh, Scheiße, da! Ach Mist. Sammle mein Geld an und verbiss dich! Ach Scheiße. Äh, der hatte ne Schrotflitte. Ich glaub, der hat uns beide gleichzeitig zerstört. Das passt, ja, kann gut sein. SUV. Aber ich schieße. Steig um! Äh, so, genau. Fahr. Ja, du musst dann auch umsteigen, na? Äh, ich liebe dieses SUV. Und hast du gesehen, ne? Ich hab den Hahn den Faktor kaputt gemacht mit dem SUV. Ja, ja, ich hab's gesehen. Äh, kann ich gleich nochmal machen. Ja, dann mach's nochmal. Was? Ich hab ihn ausgeschaltet, fast. Du darfst nicht so frontal auf den zufahren, Mann. Wenn du ihn aus... Ich dachte, du hast ihn ausgeschaltet. Äh, fast ausgeschaltet heißt fast 50% Leben. Ja, dann hätt ich die locker bekommen müssen. Nur wegen... Ja. Der hatte, glaub ich, noch genau 60. Da vorne ist er. Äh. Ist mir egal, ich bin locker dran vorbei. Ja, dann tu das. Fahr mal hier lang. Ne, fehlen nur noch 30 Gold. Ne, 130. Okay, raus und Geld mitnehmen. Warum ist das Teil davon blau und grün markiert? Äh, die haben hier eine Laser... Ja, das wollte ich dir gerade noch sagen. Die haben hier einen Laser. Bum. Achtung. Es wurde Geld aus unserem Träsor geraubt. Fuck that, Alter. Ich aktiviere die Lischansage. Vorsicht. Okay. Nehmen wir den Patrouillerhelikopter. Ne, ich bin doch schon hier. Du kannst doch schon bei mir spawnen. Was sagt das doch? Du Affe. Achtung. Jetzt bin ich tot. Hol dir mal Geld und ich komm dich mit dem Transporthelikopter abholen. Ich bin tot. Dann hol dir kein Geld mehr. Warte einfach kurz. Aber ich kann dich hier... Steig ein, steig raus. Genau. Ähm, wo bin ich? Ah, hier. Na, über uns am Eingang. Äh. Ach, krass, das Teil kann schießen. Ach, wie cool. Ja, mach mal ein paar Leute da unten am Eingang kaputt, bitte. Ja, ich hab gerade erst herausgekommen. Ich hab rausgefunden, dass es schießen kann. Ja, der Patrouillehelikopter kann schießen, deswegen... Äh. Äh. Von hinten kommt gleich der, der, der. Ja, was auch immer Panzer. Ich nehme mal den Transporthelikopter hin. Kann ich den fliegen? Ich glaub es nicht. So, wir halten jetzt Patrouiller her. Lala. Äh, ich glaube nicht, dass ich den fliegen kann. Es ist ja so ranzig. Ich hasse Elise in der Artline. Oh, und daran wird sich auch niemals was ändern. Okay, ich halte jetzt weiter Wache. Ja, genau. Dorwixer. Wow. Wo bist du? Ich hab das Hardnet Attack Trial. Weil... Ja, ich bin immer noch hier oben. Ja, sitzt bei dir einer drin, ja, ne? Scheiße. Leider. Der tut überhaupt nichts. Oder ich weiß nicht, ob der überhaupt was tun kann, aber... Ach, die bestehlen die ganze Zeit unseren Tresor. Deswegen haben die so viel Geld. Ja, schön. Jetzt schnapp ich mir die Brixen, aber... Jetzt willst du ja nichts mehr mit Tresor. Klau, du. Achtung! Es gab einen Überfall auf unseren Tresor. Beweis, dass wir nicht unterzüglich zurückgeholt werden. Euer Tresor wurde wieder geblendert. Ja, ja, ich hab grad aufgeräumt. Also richtig einfach sind die Heelies nicht zu steuern, ja? Ne, die sind scheiße schwer zu steuern. Bisschen zu schwer, finde ich. Ich finde die direktere Reaktion bei 4 auf jeden Fall wesentlich besser. Das ist schon eine Herausforderung. Oh, oh. Oh, oh. Wir werden gerade gerammt. So, jetzt ist keiner mehr hier drin. Ne? Du, wenn ich das nächste Mal tot bin, komme ich zu dir. Ich weiß gar nicht, was du da unten kannst. Boom. Äh, schießen. Da saß ich eben ja schon drin. Nein! Nein! Was ist ein Scheiß hier? Warum kann der nicht schießen? Oh, was ist das denn für ein Müll? Das ist der Transport-Heli. Nein, ich saß immer noch in dem Ding an. Der überhitzt ja auch. Es überhitzt einfach alles. Ach so. Ich flieg mit dem Transport-Heli dahin schon raus, hol das Geld, flieg ich wieder weg. Weißt du was, krass, wer... Boah! Ähm. Flieg mal den, äh, den Kapp... Du musst mal probieren, den Kapp-Heli zu fliegen. Warum? Der bewegt sich besser als der Transport-Heli. Ja? Oh ja, und zwar deutlich. Das Transport-Heli ist ja praktisch ein Stein. Den kannst du ja gar nicht bewegen. Es ist ein Platz am Hard-E-Detect-Truck-Fall. Ja, Mann. Äh, ich hab gerade das ganze Dach mit dem, äh, Teaser aufgeräumt. Guck dir das mal an, den Rückweg da oben. Haha! Könntest du weiterfahren, Harald? Hier ist es überhaupt nicht wichtig zu stehen. Und jetzt bin ich tot. Krass. Es interessiert niemanden, ob du hier stehst oder nicht. Fahr weiter. Los! Rein in den Tresor! Er scheint nicht so, als würde er reagieren, oder? Äh, was tut er da? Guck dir sich da... Guck dir sich da die Landschaft an, oder? Ey, ich hab alle vier Upgrades übrigens, ne? Was? Oh, ich kann auch. Was ist das vierte? Schnelles Nachladen? Das vierte schnelles Nachladen oder schnelles irgendwas? Schneller Wechsel. Brauch ich nicht. Boah, schnellerer Waffenwechsel brauch ich nicht. Ich hab schnelleres Nachladen genommen. Das ist so geil, das ist ja so schnell. Ja, die haben ihre... Deswegen, die haben ihre Kommandozentrale bei uns reingefragt. Verdammt. Verdammt. Scheiße! Ach man, da kam von links einer so schnell so schnell abwandern können. Ich hab den einen dafür bestätigt, den der von links kam. Den eigentlich nicht. Ach, Mist, die haben einfach ihre Kommandozentrale. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich schau mal weg, ne? Weil du stand da gerade ziemlich scheiße. Ich war gerade da bei der Kommandozentrale von denen sie zerstören, aber der ging die Mache ich ja Nullstar. Den hab ich. Was? Den hab ich. Oh, warum nicht? Scheiße. Bleib am Leben. Ich bin tot. Ja, ich bin auch tot. Arcs of Hell hat mir ein... Äh. Ja! Arcs of Hell hat mir ein Headshot gegeben. Hä, der Hardnet Detector kann ja auch gar nichts. Bist du der Fahrer? Also, der Typ... Ne, der Typ da oben. Steig mal aus, ich will bei dir spawnen. Steig schnell mal aus! Äh, ich kann gerade nicht. Wir sind gerade mitten im Gefecht. Ist mir egal. Das glaub ich dir sogar. So, scheiße. Jetzt bin ich in der Base. Nein, ich bin in der Base gespawnt. Och, man. Dieser Bug, dass wenn man Doppelklick auf den Typ macht, wenn er... Alter. Das ist scheiße, seh ich auch so. Wir müssen was klauen, die haben 556. Niemand darf da mehr was abgeben haben. Dann komm mal zu mir. Ich kann das nicht alleine halten. Die hocken zur 5G unten in der Garage. Ich bin bei dir. Da kann ich einfach nichts gehen tun. Hab einen. Hast du Medi? Äh, ja, aber ich bin... anderen Tunneleingang. Mann. Wo hocken die bei dir? Na, ich bin tot. Du hast einen bekommen. Scheiße! Und der andere hat 6 Leben noch, ey. Mann. Ähm. Mann. Ich finde... Ja, ja, ja. Wir haben das Teil da unten von denen gestürmt. Ja, jetzt. Ey, schnapp dir Geld. Ey, ich halte gerade die Typen, auf der ich hier Geld abliefern wollte. Ja, schnapp sie uns und verpiss dich. Verpiss dich. Hab ich vor. Und ich hab auch ein Fluchtfahrzeug. Ich hab sogar eine Panzerfaust. Ich kann dich gleich abholen. Ah, ich überlebe das. Komm schon, Auto. Lass mich nicht dem Stich. Ich hab ein Muscle Car. Das sollte reichen. Bei euch ist ein Rundere Punkt. Also, das ist gerade. Scheiße! Nein, wer hat die ganzen Teile runtergefahren? Ach, bitte. Lebst du noch? Ja. Ah, nein. In der Etage ist das Teil. Ah, Dreck. Dreck, lass mich durch. Ich muss Geld abliefern. Ich hab Geld abgeliefert. Wo ist dein Car? Äh, mein Car steht hier in meiner Etage. Sehen. Wo? Welche vor? Ja, gut vor dir. Ah, das Ausparkmanöver. Das Ausparkmanöver. Das war geil. Ja, was muss ich dir lassen? Hast du auch schnelles Ziel genommen eigentlich? Äh, ja. Das ist ja so geil. Fein um! Bam. Ja, natürlich. Den auch noch. Hier! Zwei. Mist. Die hoffen einen dieser Wit-Gühle. Weiß ich. Einen hab ich. Oder was auch immer das ist. Zweiter auch. Ja, da ist noch. Da sind noch mehr. Da ist noch ein dritter! Scheiße! Ich bin dem haben der Detektor-Crew spawned, der einfach mit in der Brandgranate steht. Ja, cool. Ja, ja. Mach irgendwas. Ich komm gleich zu dir. Ja, ich hol mir erstmal eine Dreifachtötung. Mach nah. Ist jetzt bei dir. Wo, wo, wo wird geschossen? Feuer! Scheiße! Warte, ich heil dich! Nein, lauf raus, lauf raus! Ich heil dich! Du hättest drin bleiben müssen. Nein, ich will nicht die Baseball-Animation. Ach Gott. Ich hab doch... Heilen für dich. Aber da vorne kam irgendwas. Egal, wer da kam. Beim nächsten Mal. Nein, wir müssen halten. Ja, das wird knapp wie am 534. Wir haben die eingeholt. Wenn wir bei dem bewachen oder einmal klauen, dann haben wir gewonnen. Oder die halt, ne? Wö, 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 wö. Ach wieder, Richard. Der hockt da immer noch. Okay, gut. Entweder gewinnen wir das jetzt oder wir verlieren das jetzt, ne? Ja. Scheiße. Ich nehm den Interceptor. Steigt bei mir ein. Die sind an unserem Tresor. Die sind an unserem Tresor. Verdeil. Verdächtige Personen an unserem Tresor. Oh, jetzt entnehmen die auch noch Geld aus unserem Tresor. Ich hab ein Kampf in die Gesichter. Werfebrennen, Renate! Vorsicht! Ich seh nichts. Wo ist das Geld? Haben die aus unserem Ding ins Geld genommen, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Äh, fahr weiter, fahr weiter. Wo bist du? Ich, ich... Fahr du, ich hab die Panzerfaust. Ach so. Komm, hier außen steht der. Ja, wir kriegen gerade Geld. Ähm, ich bin fast da. Ja, warte, warte. Fahr hier rum, hier rum, hier rum. Nein, 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 nein. Hier, genau. Hier, ich hab die Panzerfaust. Kommst du rein? Kommst du rein? Wir müssen direkt durch. Nein, ich hab nur einen Schuss. Ja, reicht. Die haben 76. Oh, 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 oh. Äh, du wurdest bei der Panzerfaust-Aktion selber umgebracht? Ähm, nein, ich wollte drei Leute auf einmal erwischen. Leider bin ich in dem Moment gestorben, wo ich geschossen hab. Das heißt, die Panzerfaust hat verzogen. Panzer, 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 Panzer. Komm zu mir, ich bin bei dir in dem Tresor. Panzertruck. Ich hab den Panzertruck. Ich fahre. Also, er fährt gut dieses Mal. Ist mir... Ich bin bei denen am Tresor. Ja, leider ist das Ding halt scheiße langsam. Ja, du musst klauen. Ich, äh, kann nicht hier. Sind zehn. Ja, warte, ich bin auf dem Weg. Ich komm von hinten rein. Boah, ich bin tot. Ich kann das nicht halten. Ja, ich bin bei denen jetzt. Chillig, ich hab Panzertruck. Ja, gut, Freunde, ne? Komm schon, komm schon, wir gewinnen das noch. Wir gewinnen das noch. 582. So, das ist jetzt meine Position. Wer will kommen? Wenn der jetzt noch zwei kommt, dann haben wir verloren. Brandgranate. Achso, du verteidigst das da jetzt so hässlich. Ihr müsstet aber was rausnehmen. Wir brauchen nur zwei gleichzeitig zu kommen. Dann war's das, ne? Sind schon lange zwei gleichzeitig. Feuer. Scheiße. Feuer knickt. Und damit herzlich willkommen zurück bei Battlefield Hardline. Ja, mit dabei ist der Todorus seit 100 Jahren nicht gespielt. Aber wir werden jetzt erstmal ein Ründchen failen, ne? Na, wir gewinnen das. Hallo. Wir gewinnen das. Servus, so. Ähm. Ich hab's gestern nochmal gespielt. Äh. Von daher, vielleicht geht das ja sogar ganz gut. Mal gucken. So. Man muss sich ja erstmal wieder zurechtfinden, ja. Ja. Komm mal in den Polizeiwahl. Moment, ich, äh... Du bist gar nicht in meinem Squad. Was? In unterschiedlichen Teams? Ich weiß es nicht. In meinem Squad bist du nicht. Du musst meinem Squad Golf beitreten. Äh. Gucke ich gleich sofort nach, wenn ich dann gleich tot bin. Oh. Ach. So ging das nochmal mit den Messern. Bro. Äh. Wir spielen übrigens Hotwire. Ist mir gerade aufgefallen. Autsch. Warte. Ich dachte irgendwie, erst wir würden Blood Money spielen. Das stand auch in der Serverbeschreibung. Aber scheinbar... Äh. Ups. Ich bin auch tot. Ich muss mal gerade den Sound ein bisschen leiser machen. Sonst schreie ich die ganze Zeit. Das dachte ich mir auch. Tun wir das einmal beide gleichzeitig. Das ist ja sehr schön. So. Äh. Ja. Wo bist denn du? Warte. Ich guck jetzt mal. Ich guck mal nach dir. Team Setup. Ich dreh noch den Sound leiser. Wo geht denn Team Setup? Team. Hier. Team. Da bist du nicht. Delta Bravo. Also ich hab nur drei Teams. Da bist du dann vermutlich... Ja gut. Kann ich... Ah. Team wechseln. Hier. Hast du das Team gewechselt bekommen? Ach. Ich bin Polizei. Dann bist du vermutlich der Verbrecher. Äh. Ja. Soll ich zu Verbrecher wechseln? Ich glaube ich kann nicht wechseln. Dann probiere ich zu wechseln. Wirklich das Team wechseln. Ja. So. Jetzt bin ich rüber gekommen. Was hast du gesagt? Wo bist du? Ich bin in Bravo. Bravo. Aha. Oder auch nicht. Sind wir auf dem gleichen Server? Ich glaube wir können... Sind wir auf dem gleichen Server? Nein sind wir nicht. Wir sind nicht auf dem gleichen Server. Ah. Du Schwasti. Was ist denn schief? Nein. Was? Was? Hey. Ich dachte doch. Hä? Eigentlich müsste das doch Blood Money sein. Hab ich mich gerade verklickt glaube ich. als ich auf den Server gehen wollte. Nein. Oh Gott. Bin ich ein Idiot. Hä? Hä? Team gewechselt? Hm? Gut. Wir sind nicht auf dem gleichen Server. Wir haben nichts verlernt. Wir haben gar nichts verlernt. Wir waren schon immer scheiße. Hä? So. Position in Wartenschlange 2. Okay. Kannst du dir schon mal was erzählen? Naja. Ich äh... Jetzt muss ich den Ton lauter machen. Ist ja toll. Jetzt habe ich ihn zu leise gemacht. Achso. Ne. Das weiß ich noch nicht. Aber ich werde vermutlich nicht dran rumspielen wenn er mir gleich zu leise ist. Ne. Ich muss ja nur am Mischpult rumdrehen. Weil wenn ich Windows Sound rumspiele. Also an der tatsächlichen Lautstärke. Dann ändert sich der... Oh. Dann ändert sich halt die Lautstärke in der Aufnahme. Dann muss ich das nachher im Schnitt anpassen. Dann habe ich keinen Bock drauf. Okay. Ah. Nur noch eins. Ah. Hotwire macht sowieso mehr Spaß. Hotwire ist echt geil. Ich finde das ist der einzige Spielmodus für den es sich lohnt Battlefield Hardline zu kaufen. Neue Karte ist da. Jo. Aber ich finde die... Ich muss ehrlich sagen. Ich finde Battlefield Hardline jetzt wo ich in letzter Zeit wieder extrem viel 4 gespielt habe. Und so ne. Dass Battlefield Hardline echt lieblos gestaltet ist. Die Grafiken sind... Die Texturen sind... Sind irgendwie so... So lasch. So niedrig auflösen. Die Waffen sind so lieblos gestaltet. Ohne Detail. Ohne Tiefe. Ohne Schärfe. Oh ich quatsch zu viel. Ich werde beschossen. Und bin tot. Äh. Sterben kann ich immer noch sehr gut. Ich sterbe immer wunderschön. Oh. Das kann ich richtig gut. Wirklich. Ich lüge nicht. Versprochen. Ich kann richtig gut sterben. Ich werde es mir ja gleich ansehen dürfen. So. So. Ich finde die Musik in den Autos auch cool. Oh ja. Ja. That's the sound of the police. Woop. Woop. Wollt man das gleich nochmal wechseln? Mit G. Wenn du im Auto sitzt. Ah ok. Schneller fahren. Nur wenn du der Fahrer bist. Nein. Sie wollen mich in die Luft jagen. Ah. Nein. Ah. Fuck. Boah ich freu mich schau richtig. Nein. Mist. Na los. Ich bin in einer Sackgasse. Ah. La la la. Der Tunnel ist eine Scheißidee hier durchzufahren. Wie machen wir das? Ich komm in dein Auto. Du fährst und ich hau wieder mit der Panzer. Alles weg was rechts und links vorbei fährt. Wir können es auch gerne andersrum machen. Aber ich bin glaube ich der bessere Fahrer. Wobei ich das auch erstmal wieder lernen muss. Ich habe gerade auch ein bisschen verkackt. So. Ich schau mir das ganze jetzt an. Ich komme jetzt endlich. Ja ich freue mich schon richtig drauf. Schöne Sache. Ich bin ein Verbrecher übrigens. Gut. Wurm1 heißt das hier. Okay. Ah als wenn. Von wo? Von wo wurde ich gerade beschossen? Das weiß ich nicht. Sniper? Ne. Todesrückblickskamera? Ich bin nicht tot. Das ist ja das Problem. Achso. Sonst wüsste ich wer mich umgebracht hat. Achso. Lol. Haben die die Texte geupdatet? Was für Texte? Naja. Diese Nachrichtensender. Jaja. Die die die. Was die da erzählen haben die geupdatet. Das glaube ich auch. Das klingt anders als früher. Das klingt anders als früher. Früher. Hä? Als ob ich gerade mit der. Lol. Als ob ich gerade mit der Panzerfaust. Äh nicht mit der Panzerfaust. Mit dem Granatwerfer nicht den Heli getroffen habe. Wo ist denn hier der Granatwerfer? Gibt's denn gar nicht mehr? Mechaniker. 3. Ach Mechaniker. Nicht äh. Der Typ wo es bei. Doch. Mechaniker. Hä? Nicht Enforcer. Ne. Mechaniker. Und dann ist es. Ist es das M79? Oder gibt's noch ein. Äh. Es gibt nur. Nur einen. Die Panzerfaust musst du doch. Äh. Im Auto ausrüsten. Genau. Ich hoffe du hast die noch im Auto. Sicherlich. Sicherlich. So ich bin. Äh. Und sterb erstmal direkt. Nice. Nein. 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 Ich will nicht stimmen. Scheiße. Scheiße. Wow. Alter. Dieser. Als wenn. Der hat mich gerade umgelegt. Arm Power. Wow. Ich kann echt gar nichts mehr. Hä? In Battlefield 4 bin ich voll gut. Aber in Hardline bin ich scheiße.